Musik Musik Hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Gameplay von nie zu unserem ersten gameplay besser gesagt das ist ja das ist jetzt ja wir von hier mit einem scuderia habe ich das alles eingestellt also ja das ist jetzt hier eben auf meiner ps3 das ist jetzt so mit dem g27 voll realistisch auch der peter ist übrigens übrigens auch noch hier das kannst du kaum unter kontrolle halten gut da bin ich jetzt mal die außenansicht machen ja kann ich irgendwie aber ich weiß nicht wie ich das anstelle oh mein gott mit dem ein wo 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 Alter Schwede Das kann man kaum halten Wir sind hier auch nicht in England Das ist eine Rennstrecke Nicht im Gegensatz bei dir, ne Das kannst du nicht mehr kontrollieren Uh Dude Oh, da muss man sich so krass konzentrieren. Oh, da muss man sich so krass. Okay, Handbremse funktioniert nicht. Oh, da muss man sich so krass konzentrieren. Oh, da muss man sich so krass konzentrieren. Mein Gott, da kann man kaum fahren. Das ist so krass. Wie auf der Autobahn. Wie auf der deutschen Autobahn. Wie die Polen. Ja, ich würde mal sagen, das war auch schon der kleine Einblick hier in Gran Turismo 5. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns doch. Und Daumen hoch nicht vergessen. Jo, dann sage ich mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.